Nach diesen Bildern, die ja das System anklagen, die BRD, den Kapitalismus und auch diejenigen, die das System tragen, die auch die anklagen, die es dulden, die den Niedergang geschehen lassen, sehen wir jetzt Dias aus jener Zeit, in der ich lernte, Dias aus den Jahren 1968 bis 70, Dias die Freundschaft, die damals vorhanden war, zeigen und wo ich merkte, welch positives Verhältnis wir zur Farbe hatten, zum Licht, auch die Experimente, die wir damals mit dem Licht machten. Es war eine Zeit der Freundschaft, Freundschaft. Als Musik für diese Dias habe ich von unserer Band Veritas etwas ausgewählt, weil es der damaligen Musik, die wir damals machten, etwas ähnlich ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020